So, erstes kleine Video. Wenn ihr keinen Zling-Trainer zuhause habt, dann könnt ihr zum Beispiel zwei Jule-Kürtel nehmen, die einmal mit einem normalen Knoten aneinander binden. Dann geht ihr an die Tür, werft das über und der Knoten hält dann automatisch hier an der Tür fest. Und dann habt ihr wie ein Zling-Trainer zum Übungen machen, wie irgendwelche Zugübungen sind. Eine kleine Anmerkung dazu. Ihr müsst schauen, damit das Seil auch richtig hält an der Tür, dass ihr von der Seite an der Seite seid, wo die Tür zugeht. Ansonsten reißt ihr euch die Tür kaputt, wenn ihr es so rummacht, reißt ihr genau an der Tür. Und dementsprechend stabil ist es, wenn ihr von der Seite auskommt. Und das Neue, wir müssen sch незesun nichtしまun werden. Wir können schurven, wenn ihr von der Seite auskommt. Und der Seite auskommt so. Und der Seite auskommt erregt sie nicht so raus. Und der Seite auskommt, wenn ihr von der Seite auskommt. Die Tür, also weil sie nicht so rausgefunden sind. Und der Seite auskommt, dass ihr von der Seite auskommt. Vielen Dank.